Willkommen zu einer neuen Folge im Sales Circle Podcast. Heute ist bei mir zu Gast Fabian Tausch. Fabian betreibt einen eigenen Podcast, er ist nämlich Gründer der Unicom Bakery und gleichzeitig auch der Host. Und ich spreche mit Fabian heute darüber, warum, wann und wie Unternehmen Podcasts betreiben sollten bzw. gründen sollten. Hallo und herzlich willkommen, lieber Fabian. Hi Robin, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Fabian, bevor wir inhaltlich werden und da nochmal tiefer einsteigen und diese Fragen auch gerade für die Leute da draußen beantworten, erzähl doch einmal kurz, wer bist du und was machst du mit der Unicom Bakery, weil du betreibst den Podcast ja schon sehr, sehr lange auch. Ja, die Kurzfassung ist, Fabian, ich habe vor sechseinhalb Jahren angefangen einen Podcast zu machen, weniger geplant als irgendwie da reingestolpert. Ich habe mein Abi gemacht, bin nach München gezogen, habe angefangen Wirtschaftsmathe zu studieren, fand es doch nicht so spannend. Sehr schnell gemerkt, dass ich das auf gar keinen Fall durchziehen möchte und habe dann überlegt, was kann ich eigentlich sonst machen und habe irgendwie über die Zeit das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum entdeckt, aber nie Berührungspunkte vorher damit gehabt und dachte, okay, ich würde gern was dazu lernen, aber Inhalte auf Deutsch finde ich jetzt nicht viel dazu. Also es ist der einfachste Weg wahrscheinlich von Menschen zu lernen, die einen Schritt weiter sind als ich. Und das Vehikel dafür wurde dann Podcast. Ich musste anfangs noch vier von fünf Leuten erklären, was Podcast eigentlich ist, aber inzwischen, glaube ich, wissen das die meisten, vor allem alle, die hier zuhören und so hat sich das über die Jahre entwickelt. Ich habe dann irgendwann überlegt, okay, worauf möchte ich mich fokussieren? Das waren dann immer mehr Startups, weil ich so die Gründer von Flixbus, About You, Blinkist und andere Firmen kennengelernt habe und fand es mega spannend und habe dann beschlossen, bin nach Berlin gezogen, mich darauf zu fokussieren und irgendwann sehr auf die operativen Inhalte zu konzentrieren. Was bedeutet es eigentlich wirklich, wenn ich mich entschieden habe, eine Firma zu gründen? Was kommt danach? Und das mache ich jetzt seit einer graben Zeit, spreche da irgendwie mit den erfolgreichsten Gründern, die wir so haben, mit den erfolgreichsten Investoren, so alle, die in diesem ganzen Startup-Ökosystem vertreten sind. Und das ist so das, was man, glaube ich, in Kurzform über mich wissen sollte. Du betreibst seit über sechs Jahren entsprechend, ich glaube, damals war es noch Jungunternehmer-Podcast, wenn ich mich jetzt nicht irre, und jetzt Unicom Bakery betreibst du seit über sechs Jahren. Das heißt, ich betreibe ja den Podcast seit anderthalb Jahren. Du hast wirklich nochmal so die Zeit miterlebt, wo man den Leuten wirklich, wie du eben gesagt hast, erklären musste, was überhaupt ein Podcast ist und es noch gar nicht so diese riesige Auswahl gab in der Zeit. Gib doch mal kurz einen Einblick da, warum findest du das Medium-Podcast gut und wie ist denn vielleicht auch die Entwicklung so aus deiner Sicht jetzt gewesen oder ist die Entwicklung der letzten Jahre, dass immer mehr Podcast auch konsumiert wird? Ja, ich glaube, was man sagen muss, Podcast ist so eins der wenigen Medien und mir fällt jetzt keins ein, was wirklich so im Alltag akut viel konsumiert wird, so vergleichbar mit Podcast, wo Menschen sich wirklich Zeit nehmen, sich Inhalte anzuhören. Ich meine, wir sind jetzt in der Generation TikTok angekommen, wo die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie bei drei Sekunden liegt und dann musst du die Leute schon überzeugt haben. Und Podcast ist natürlich ein Medium, wo du die Menschen mit auf eine Reise nehmen kannst und das kann Unterhaltung sein, das kann Inspiration sein, das kann irgendwie tiefgreifendere Inhalte sein und Education, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, aber du hast halt auf einmal 30, 60, 90 Minuten Zeit, Menschen mit deinen Inhalten zu bespaßen und bespielen, was du normalerweise nicht hast. Wenn wir auf alle anderen Social-Media-Kanäle gucken und auch auf YouTube, wo halt irgendwie drei bis zehn Minuten die Videolänge sind, ist ein Podcast einfach das einzige Medium, was dir wirklich diese Breite an Aufmerksamkeit gibt, wo du wirklich überlegen kannst, was mache ich denn damit. Und deswegen ist Podcast unfassbar spannend, sich anzugucken. Da muss man überlegen, was möchte man damit machen und wie möchte man, wenn man selbst Podcast macht, auch die Zeit der Menschen nutzen, die sie einem schenken. Und das ist, glaube ich, so das Spannende daran, wie man für sich auch überlegen muss, so okay, jetzt haben die mir auf einmal 60 Minuten geschenkt, was mache ich denn in der Zeit. Und das ist eigentlich auch immer so eine Herausforderung für sich selbst, je nachdem, welchen Anspruch man an die Podcast-Länge und Ähnliches hat. Und die Entwicklung, klar. Also inzwischen, ich glaube, in der Corona-Zeit war es fast noch ein Tick mehr als jetzt. Also mir haben viele gesagt, okay, dadurch, dass ich jetzt auch im Homeoffice bin, immer mehr und hier und da. Ich höre jetzt nicht mehr überall Podcasts. Ich fahre vielleicht nicht mehr eine Stunde zur Arbeit. Ich bin vielleicht irgendwie dann doch nicht ganz so viel draußen oder doch wieder mehr draußen. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen in Wellen. Aber die Leute hören Podcasts einfach überall, wo sie gerade das Gefühl haben von, ich habe mehr als zwei Minuten Zeit. Und das ist schon spannend. Das ist was ganz anderes als vor fünf Jahren oder sechs Jahren, als ich dann irgendwie damit angefangen habe. Und ja, wenn deine Großeltern dich fragen, was ist das eigentlich? Dann sagst du halt, ja, es ist eine Radioshow zum Mitnehmen irgendwie. Hat sich nicht ganz richtig angefühlt. Aber das war damals trotzdem so, um es einfach und plakativ zu erklären, diese Selbstverständlichkeit, die heute in der Gesellschaft ist, dass jeder irgendwie Podcasts kennt und einfach nur überlegt, welchen möchte ich hören? Also es gibt natürlich auch Leute, die keine Podcasts hören, aber über die sprechen wir ja jetzt gerade alle nicht, weil jeder, der hier zuhört, hört offensichtlich Podcasts. Das ist schon spannend. Also das ist so, hätte ich auch nicht gedacht, weil es ja trotzdem Medium ist, was eben abgesehen von Büchern und Hörbüchern wirklich sehr lange die Menschen bespielt. Und ja, ich finde es eine gute Entwicklung. Natürlich gibt es immer, jeder muss für sich wissen, welche Formate möchte ich selber hören, konsumieren, wie viele davon. Ich glaube, dass aus Produzentensicht ist das einzig Harte an dieser Entwicklung, dass es so viel Angebot gibt, dass man selbst immer gucken muss, wie bleibe ich denn in den Top-Podcasts, die jemand auch konsumieren möchte, weil es natürlich recht leicht ist, da auch wieder rauszufallen. Ich denke, jeder, der einen Podcast mal angefangen hat und dann irgendwie mal so ein paar Wochen wirklich aktiv gehört hat, kennt das, dass dann irgendwie gedacht hat, ja, jetzt reizt es mich gerade doch nicht mehr. Und da muss dann der Creator auch ein bisschen dranbleiben und überlegen, okay, wie zur Hölle schaffe ich es eigentlich, dass diese Person mich nicht nur drei Wochen hört, sondern auch länger und länger und länger und nehmen die Leute auf eine Reise mit. Und das ist so, glaube ich, der Anspruch an die Creator ist gestiegen aufgrund dieser ganzen Entwicklung. Ja, also bin ich voll deiner Meinung. Ich habe mir das gerade mal aufgeschrieben, weil ich will die Frage ans Ende stellen. Sie passt jetzt gerade noch nicht ganz genau, aber ich finde es super spannend, gerade nämlich noch mal zum Schluss auf die Frage einzugehen, was Creator sich wirklich einfallen lassen müssen, um, wie du gesagt hast, in den Top-Charts immer noch weiter oben zu sein, gerade bei dem ganzen Überangebot, was es mir ja mittlerweile an Podcasts gibt. Witzigerweise, ganz kurz, da meine ich gar nicht mal unbedingt Charts. Charts sind nett, aber ich glaube, das meint er so in den Charts, die jeder persönliche Hörer hat. Also gar nicht die Gesamt-Charts, nicht, dass das jemand gerade irgendwie auf Spotify oder Apple oder so bezieht, auf die Charts, die du dort findest. So wirklich bei der Person, die eine Person, die jetzt gerade hört, hat halt nur Zeit für ein, zwei, drei Podcasts, um da irgendwie aktiv reinzuhören. Und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei, drei, in die sie ab und zu mal reinhört. Und dann fällt alles andere hinten runter. Und du musst halt irgendwie unter diese Platzierungen kommen, weil wenn die Person sagt, ja, meine Zeit ist woanders besser aufgehoben oder es macht mir mehr Spaß, dann hast du natürlich den Hörer auch wieder verloren. Absolut, definitiv. Bevor wir da später nochmal drauf eingehen, erst mal die Frage an dich, warum glaubst du, ist es sinnvoll, jetzt mal aus Unternehmenssicht, gerade im B2B, einen Podcast zu gründen und einen Podcast zu betreiben? Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte. Das eine ist natürlich, auf einmal wird eine Firma greifbar. Oft haben wir von der Firma irgendwie ein Logo und eine Website, aber du weißt ja selten, wer dahinter steht. Und ich glaube, du gibst dem Ganzen so ein bisschen mehr Raum, die Geschichte zu erzählen, in welcher Form auch immer du den Podcast machst. Aber es gibt auf einmal was, was ich von der Firma konsumieren kann, was mehr ist als ein paar Texte, die auf einer Website geklatscht sind, die dann meistens natürlich auch immer so ein bisschen aufgequollen klingen, auch wenn das keiner hören möchte. Aber wenn ich mir meine Website durchlese, dann denke ich mir auch so, na gut, das hast du natürlich für eine Website konzipiert und nicht für jemanden denkt sich, ah cool, da lerne ich Fabian jetzt kennen. Und darüber hinaus gibt es mehrere Ziele, die man mit einem Podcast verfolgen kann. Natürlich ist die Frage, komme ich in den Austausch mit potenziellen Kunden? Also ich kann ja sowohl meine Gäste so einladen, dass das Leute sind, mit denen ich eh sprechen wollte. Ich kann den Content und den Inhalt so gestalten, dass die Leute zuhören über die Zeit, mit denen ich eigentlich ins Gespräch kommen will. Das heißt, für die Lead-Generierung kann das eine Option sein für die Markenwahrnehmung, die dann noch irgendwie sowohl zu Lead-Generierung als auch Mitarbeiter-Markenaufbau, Employer-Branding funktioniert, weil wenn ich relevante Themen mache und zeige, dass ich nicht bin wie jede andere Firma in meinem Bereich, in meiner Branche, dann habe ich trotzdem was, was mich unterscheidet. Und potenzielle Bewerber hören sich ja auch oft so ein bisschen was zu den Firmen an oder schauen sich an, was die Firmen so machen. Und wenn ich da zeigen kann, okay, wir sind anders, wir probieren Dinge aus, dann ist das für viele oftmals auch ein gutes Zeichen. Das heißt, wie gesagt, es kann für Vertrieb relevant sein, es kann für Mitarbeitergewinnung relevant sein. Es kann auch einfach, wenn man es intern macht, ein Kommunikationskanal sein, mit dem man überlegen kann, wie rolle ich die Dinge auf, die ein bisschen mehr Erklärungsbedarf brauchen. Die passen vielleicht nicht in den Fünfzeiler in der E-Mail. Die passen vielleicht nicht in ein Zehn-Minuten-Gespräch, was man einmal in so einem All-Hands erklärt und dann auf einmal denkt man, ach ja, das haben jetzt schon alle verstanden. Vielleicht brauchen die Leute da trotzdem noch mal ihre Zeit, wollen noch mal nachhören, wollen noch mal über Sachen nachdenken. Vielleicht wollen die darüber auch noch mal diskutieren und man nutzt das als Podcast-Format intern. Das heißt, es gibt einem einfach Raum, weil wir schon drüber gesprochen, es gibt einem manchmal einfach auch Zeit, über Dinge zu sprechen, die sonst zu kurz kommen. Und das sind, glaube ich, so ein paar Punkte, die für einen Podcast sprechen können. Ein paar, aber ein paar ganz entscheidende. Gerade was du eben gesagt hast, das Thema HR. Ich glaube, bei dem Überangebot, was es auch mittlerweile an Stellen gibt, müssen Firmen sich natürlich auch irgendwie abheben beziehungsweise vielleicht gar nicht direkt abheben, aber das, was sie ausmacht, auch irgendwie nach außen transportieren. Und da kann natürlich ein Podcast in Form von, dass man vielleicht Abteilungen vorstellt. Wie ist es eigentlich, in Sales zu arbeiten? Vielleicht auch mal Leute interviewt, die in einer gewissen Karrierefahrt intern entsprechend zurückgelegt haben, dass man dort viel bessere Einblicke entsprechend gewährt, als wenn man einfach nur, wie du eben gesagt hast, stupide eine Website designt und dann hast du vielleicht noch ein Karrierevideo, was mit Hochglanz entsprechend auf die Seite nochmal mit hochgeladen wurde. Aber den echten Einblick, der wird dir so ein bisschen verwehrt. Und das ist auch das Schöne mal am Podcast, wenn ich zum Beispiel Bewerber auch bei mir habe, obwohl der Podcast jetzt nicht von Telefonica selber ist, die sagen immer, irgendwie gefühlt kenne ich dich schon, weil ich mir schon mehrere Folgen angehört habe, aber ich habe noch nie mit dir gesprochen. Also allein dieser Effekt schon bei den Bewerbern löst schon einiges aus. 100 Prozent. Ich meine, man muss natürlich auch überlegen, wie möchte ich die Firma präsentieren? Möchte ich einfach nur erzählen, wie wir sind und irgendwie Leute von uns einladen? Oder möchte ich auch einfach zeigen, dass wir nicht nur über uns selber nachdenken, sondern auch andere Leute einladen, so wie du es ja zum Beispiel machst. Ich meine, du machst ja für dich einen Podcast, der dann auch auf Telefonica sich überträgt, wie du gerade gesagt hast. Und ich glaube, da muss man auch so drüber nachdenken. Ich kann natürlich einen Podcast machen, sagen wir, meine Firma heißt Tauschhandwerksbetriebe. Dann erzähle ich nur, wer da alles arbeitet und was wir so machen. Dann ist es vielleicht doch gar nicht so spannend, wie wenn ich auch mit anderen darüber spreche, was sind die Herausforderungen im Handwerk, was kann man besser machen. Und ich kann da einfach überlegen, muss ich nur über mich selber erzählen? Das fällt ja auch vielen schwer, ehrlicherweise. Oder kann ich auch einfach eine Plattform für Gespräche bieten, die einfach auch zeigt, dass wir offen sind zu lernen? Und das überträgt sich dann darauf, dass wir einfach als Firma besser wahrgenommen werden. Und da muss man, glaube ich, für sich selbst überlegen, was ist das, was wir nach außen kommunizieren wollen? Ich schätze, auch aus Bewerberperspektive ist es schon auch interessant, wenn jetzt nicht nur erzählt wird, wie toll alles ist, weil, wenn ich einen Mitarbeiter einlade aus dem Vertrieb, dann wird er mir ja nicht erzählen, wie bescheiden das manchmal läuft, sondern der wird ja auch nur die positiven Dinge zeigen und dann ist es vielleicht auch wieder eine verzerrte Wahrnehmung. Das heißt, da muss man auch wirklich differenzieren zwischen, wie präsentieren und profilieren wir uns oder wie schaffen wir es, dass wir wirklich dieses, dass wir einfach zeigen, dass wir anders denken und nicht, dass wir selbst, also es ist immer einfacher, wenn andere über einen sagen, man denkt anders, als wenn man das über sich selbst sagt. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Lass uns mal auf das Thema Vertrieb mit Podcast gehen. Du hattest eben gesagt, man könnte sich zum Beispiel auch gezielt Gäste entsprechend einladen. Wie ist da dein Gedankengang, dass man so einen Podcast vielleicht auch als Tool nutzt, um sich mit Geschäftsplanen etc. vielleicht auch sein Netzwerk zu erweitern? Ja, also ich muss selber sagen, ich nutze den Podcast nicht unbedingt für Vertrieb, aber das ist so, wenn mich Gründer zum Beispiel fragen, zum Beispiel letztens auch ein Startup investiert, wo mich dann der Gründer gefragt hat, ja, er überlegt jetzt gerade, wie kommt der da so ein bisschen mehr an Leute ran? Ich meinte, also der hat ungefähr zeitgleich mit mir damals angefangen, einen Podcast zu machen und ich meinte so, guck mal, du machst jetzt ein Tool, was wirklich auch für Salesleute relevant ist. Du baust dafür eine Software, du entwickelst die, du brauchst über Pilotkunden. Warum lädst du dir nicht einfach, ja, Führungskräfte aus verschiedenen Salesorganisationen in den USA ein, weil das der Markt ist, auf den er sich fokussiert und fängst mit denen an zu sprechen? Das Erste, was sie dich danach fragen werden, ist, was macht ihr sonst eigentlich? Also cooler Podcast, danke für die ganzen Fragen, was macht ihr denn sonst eigentlich? Und schon kommst du ins Gespräch. Und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen überlegen, will ich meine Zielgruppe, also die Leute, die den Podcast hören haben, die genauso ticken wie mein Zielkunde oder lade ich mir den Zielkunden einfach als Gast ein? Und beides ist, glaube ich, eine valide Option, weil du automatisch ins Gespräch kommst. Jeder möchte über sich selbst sprechen, jeder möchte natürlich so ein paar Sachen über sich auch erklären und zeigen und du musst halt einfach überlegen, sprichst du über Challenges, die dein Produkt, deine Dienstleistung lösen kann? Sprichst du über Themen, die die andere Firma oder die die Person irgendwie begeistern oder auch beschäftigen? Und wie schaffst du diesen Austausch? Dass es einfach nicht ein rein werbliches Format ist, weil das ist natürlich auch Quatsch, das braucht kein Mensch. Aber wenn du diesen Austausch schaffst und dann merken die Leute, ach krass, okay, ich habe entweder aus dem Gespräch heraus was für mich gelernt oder ich habe wirklich auch mal ein paar andere Aspekte aufgreifen können, die ich sonst vielleicht in meinem Alltag nicht ganz so oft präsentieren kann, dann kommen die am Ende zu dir als Podcast-Host und fragen, hey, Robin, was machst du eigentlich sonst? Was können wir sonst vielleicht gemeinsam machen? Und das ist ja das, was du eigentlich brauchst. Das größte Problem, warum du im Vertrieb nicht vorankommst, das brauche ich dir und anderen ja eigentlich gar nicht erklären, aber ich glaube, es ist gut, das auch mal trotzdem zu sagen, ist ja einfach nur, dass du nie den Moment hast, einfach mal diese Vertrauensbasis zu haben und einfach zu sagen, was du machst, ohne dass es direkt irgendwie abgeschmettert wird, als okay, da will mir was verkaufen. Und diese Basis, diese Vertrauensbasis, schaffst du einfach durch ein ernst gemeintes, neugieriges Gespräch mit einer Person, von der du was lernen möchtest. Wenn dieses Interesse nicht da ist, brauchst du den Podcast gar nicht erst machen. Aber wenn du wirklich Interesse daran hast, was deine Kunden machen, was sie gerade beschäftigt und du das für dich auch nicht nur als, ja, wir wollen sofort alles in bare Münze umwandeln siehst, sondern wirklich auch mit einem gewissen Interesse, dann ist es eine valide Option. Dann kannst du die Leute einladen, führst ein offenes Gespräch und im Nachgang hast du eine Vertrauensbasis, auf der du eine Business Relationship aufbauen kannst. Das wird ja nie von heute auf morgen funktionieren, das weiß auch jeder, der im Vertrieb unterwegs ist, aber es ist die Grundlage für alles, was danach kommen kann. Vor allem sehr werthaltig. Also wenn ich jetzt mal so aus meiner eigenen Erfahrung spreche, das hat schon echt ein Stück weit gedauert, bis eine gewisse Awareness da war und dass Leute auch, wie du eben gesagt hast, gefragt haben, hey, was macht der eigentlich drüber hinaus beziehungsweise vielleicht auch eine Zusammenarbeit in Form des Podcasts zum Beispiel auch in Frage kam. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, man bringt vier Folgen raus und dann läuft's. Also es hat bei uns oder bei mir damals echt so acht Monate gedauert, bis es so ernstzunehmend die ersten Themen gab und eigentlich wird's jetzt erst spannend, so nach anderthalb Jahren. Das heißt, also es ist halt nicht was, wo du irgendwie jetzt relativ kurz zum, ich sag mal, irgendwie den Vertriebshebel anwirfst, sondern auch auf langfristige Sicht, da spreche ich aus eigener Erfahrung auch und ich würde mich gleich mal interessieren, was du dazu sagst, auch wirklich ein valides Netzwerk aufbaust innerhalb des Businesses, wo du wirklich auch nachher noch sehr, sehr lange von profitieren kannst. Da geht's nicht darum, dass man irgendwie Sponsoring oder irgendwas anderes, sondern wirklich ein Netzwerk, wo eine gewisse Kaufkraft hinter steckt und was auch eine gewisse Relevanz hat, ist schon ohne aber Hintergedanken, immer dieses ich muss, ich muss, ich muss, das merke ich auch. Wir hatten jetzt gestern so ein fast so ein ehemaligen Treffen der Gäste im Podcast. Das waren irgendwie 15 Leute, die wir spontan mal zusammengetrommelt haben und haben einfach über unsere Erfahrungen im Sales auch so ein bisschen bezüglich LinkedIn in uns ausgetauscht und das einfach so spontan und das alles nur auf Führungskräfte-Level und da sieht man allein schon da, was das mit sich bringen kann. Ich glaube, eine Sache, die du gerade angesprochen hast, Podcast ist schon ein sehr langfristiges Thema, also allgemein Content, also auch, ob du jetzt SEO machst, ob du alles, wo du halt einfach das Vertrauen bei einer gewissen Zielgruppe über die Zeit aufbauen musst, wo auch viel dabei dazugehört, irgendwie, dass es empfohlen wird, ob das jetzt von einem Algorithmus empfohlen wird oder ob das von einer Person empfohlen wird, jetzt mal dahingestellt, aber es dauert einfach seine Zeit, bis sich das aufbaut und ehrlicherweise wahrscheinlich ist der erste Podcast, den ich gemacht habe, überhaupt nicht so gut wie meine letzte Episode und dementsprechend vielleicht auch berechtigt, dass ich nicht die Reichweite hatte, die ich vielleicht heute irgendwie damit entwickelt habe und das muss man sich vor Augen führen, so das ist nichts, wo man jetzt in den nächsten ersten drei Monaten sagt, das wird funktionieren, wann immer ich einen Podcast ausprobieren würde als Firma, würde ich sagen, okay, wir sollten uns in einen Jahreshorizont stecken, uns die Frage stellen, welche Frequenz halten wir durch über ein Jahr, ist es einmal die Woche, ist es einmal alle zwei Wochen, ich bin der Meinung, dass einmal alle zwei Wochen sollte man schon irgendwie mindestens machen, sonst ist es wahrscheinlich einfach was, du kriegst nicht genug Frequenz rein, wenn ich zwölf Episoden in einem Jahr gemacht habe, dann dauert ich halt eher drei Jahre, bis ich irgendwie mal ein bisschen Feedback auch mehr bekommen habe und da wirklich auch genug Leute da mal gehört haben, ich selbst mich weiterentwickelt habe, das dauert dann einfach seine Weile und da muss ich mir ein Format aussuchen, wo ich sage, da habe ich jetzt ein Jahr Spaß dran, das kann ich natürlich immer noch marginal weiterentwickeln, am Anfang hören das eh nicht so viele Leute, aber trotzdem und das ist glaube ich wichtig, das eine und das andere, das was du angesprochen hast, dass du jetzt sagst, okay, jetzt so langsam fängt es an Spaß zu machen, ich bin mir 100% sicher, dass du genau dieselbe Aussage in anderthalb Jahren sagst und sagst, okay, jetzt noch drei anfängt es an Spaß zu machen, weil du halt einfach merkst, okay, da hat sich das nochmal exponentiell weiterentwickelt und jetzt nicht nur zahlenmäßig, sondern auch die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, die Plattform, die du geschaffen hast, wer da so alles zusammenkommt und ich erwische mich jedes Mal, dass ich mir denke, okay, das was ich vor einem Jahr gemacht habe, das ist ja richtiger Kindergarten im Vergleich mit dem, was ich jetzt mache und ich muss sagen, damals dachte ich, das wäre mega krass und ist es glaube ich auch also auch gut gewesen, also ich möchte mich da gar nicht kleiner machen, als es vielleicht ist, aber das war ja schon alles gut, aber ich merke dann halt, okay, da gab es noch so viel mehr, ich war aber gar nicht ready für das, was noch alles kam, weil ich konnte es mir nicht vorstellen und das ist halt sowas, was sich über die Zeit entwickeln wird und du wirst dadurch einfach aufgrund der Leute, die du kennenlernst, der Gespräche, die du führst, auch viele neue Opportunities, Möglichkeiten für deine Firma finden, die vielleicht auch teilweise und das ist glaube ich eher für den Mittelstand relevant, aber auch abseits der aktuellen Haupttätigkeit passiert, sodass du auch überlegen kannst, was kann man denn noch Innovatives machen oder was kann man nicht an neue Geschäftsmodelle etablieren, das wird ja jetzt immer mehr eine Frage auch und wir haben immer so die Schnittstelle zwischen sehr fokussiert an den Sachen arbeiten, um seine Firma voranzubringen und doch irgendwie auch offen sein, was andere machen und sich überlegen, wie kann ich das auf meine Firma übertragen und ehrlicherweise den Austausch beim Mittagessen kannst du halt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wenn du dich mit der selben Person zum Mittagessen triffst, dann fliegt halt irgendein Vogel vorbei, wenn du gerade eine Frage stellen willst, dann ist auf einmal der Vogel das Thema und du vergisst deine Frage. Im Podcast konzentrierst du dich halt eine halbe Stunde bis Stunde auf genau dieses Thema, kannst immer tiefer fragen und es ist ja auch das Ziel des Podcasts, einfach immer tiefer zu gehen und mehr zu lernen und das ist natürlich schon was, wo kriegt man das heutzutage noch hin und ich glaube, deswegen profitiert man aus Netzwerkperspektive, aus Businessperspektive, aus der Opportunitätenperspektive und deswegen kann Podcast, wenn man wirklich jemanden findet, der auch Spaß daran hat und man selbst sich dafür begeistern kann und sagt, okay, wir machen das und sind bereit, da jetzt irgendwie auch eine gewisse Geduld mitzubringen, schon ein sehr valides Mittel sein. Absolut, sehe ich genauso. Um mal so ein bisschen Richtung eben, was du angesprochen hattest, schon das Thema Content zu gehen. Jetzt ist natürlich Podcast in Form von Audio in Form von Content, aber der Podcast an sich bringt ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten mit, weitere, ich sage mal Content, also weitere Plattformen zu bespielen, weitere Content-Formate sich da rauszubauen. In Form jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt hier das Video mit auf, das machst du ja auch, du stellst das komplette Interview teilweise bei YouTube rein mit Video dann, dass man Snips entsprechend zurechtschneidet aus der Podcast-Folge. Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig? Aus Sicht der Entscheider, die es heute im B2B gibt, also mit dem Hintergedanken, dass sich da die Welt auch einfach verändert hat. Also welche Rolle, um es mal vielleicht konkreter zu machen, spielt Content heutzutage im B2B? Warum sollte ich, muss ich, ich finde, muss ich als Unternehmen auch entsprechend Content bereitstellen? Ich glaube, da kommen wir wieder auf dieses Vertrauen zurück, was ich vorhin angesprochen habe. Egal, was du machst, ob eine Kundenbeziehung, Mitarbeiterbeziehung etc., du musst irgendwo Angriffsfläche für eine Vertrauensbasis schaffen und Content gibt dir halt sehr viele Angriffsflächen, ob du das in schriftlicher Form machst, in Audioform, in Videoform, in Kurzform, in Langform, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, kann auch ein Newsletter sein, ist ja auch wieder eine schriftliche Form, Blogartikel können richtig so Guides sein, die man rausgibt, die irgendwie 50 Seiten PDFs sind, aber es gibt dir einfach die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, dass, wenn du eine Dienstleistung verkaufst oder ein Produkt verkaufst, dass du das Thema verstehst, dass ihr wirklich die besten Ansprechpartner dafür seid, da spielt dann schon auch noch eine Rolle, passt die Lösung zu dem, was ich suche, aber alleine, wenn ich über euch die besten Artikel finde, wenn ich dann drei Lösungen habe und beide sind ähnlich gut und eure ist vielleicht ein bisschen teurer, dann denke ich mir trotzdem, okay, ich weiß, anhand der Artikel und anhand des Contents, den ihr gemacht habt, ich weiß, ihr könnt euer Thema, ihr beherrscht das, na gut, dann komme ich halt zu euch und ich glaube, das eine, dass es so ein Brand-Thema ist, du baust eine Marke darüber auf, du baust das Vertrauen auf und wir alle wissen, dass Marke eine große Rolle spielt und nicht nur Preis und gleichzeitig, was auch passieren wird und da sind wir jetzt gerade erst am Anfang, ist, dass jeder guten Content machen wird über die ganzen Chat-GPT und KI-Module und generative künstliche Intelligenz und da wird es dann halt spannend, wie differenzierst du dich, wie machst du es halt oder wie schaffst du es, dass du nicht just another SEO-Blog-Post hast, also dass es nicht nur darum geht, ach, guck mal, Chat-GPT hat mir jetzt einen neuen SEO-Blog-Post gemacht, sondern dass du auch überlegst, okay, was ist unsere Form von Content, den du nicht woanders findest und da ist natürlich oft gut, Gespräche mit anderen Menschen zu haben, weil die kannst du halt nicht einfach per KI erstellen, kannst du inzwischen auch, aber ich wollte gerade sagen, ich habe letztens gesehen, dass einer mit Barack Obama Interview geführt hat, das ist natürlich dann immer so ein bisschen, also es funktioniert, aber es ist natürlich die Frage, wie das sich dann irgendwann rechtlich auswirkt, ich glaube, als Firma würde ich mir das gerade nicht antun, gerade nicht in Europa, aber genau, also ich glaube, da gibt es dann schon nochmal die Möglichkeit, sich auch darüber zu differenzieren, nur wenn wir jetzt mal bei Podcast bleiben, das heißt, die Frage ist immer, wie schaffst du es, was anders zu machen, als all die anderen, weil wenn jeder auf einmal optimierte SEO-Posts hat, dann hast du die vielleicht auch, aber irgendwie muss ja was danach kommen, weil sonst bist du just another company und dann hast du natürlich wieder keinen Vorteil gegenüber den anderen, du hast aber auch keinen Vorteil, wenn du es nicht machst, das heißt, irgendwas musst du am Ende finden für dich, wo du sagst, okay, wie unterscheiden wir uns und darüber machst du dir ja den ganzen Tag Gedanken, wie unterscheiden wir uns von anderen Anbietern, wie unterscheiden wir uns in der Lösung, welches Produkt, welches Kernproblem wollen wir lösen, es gibt ja mehrere Nuancen, wie wir es im Messaging machen könnten und so muss man sich da auch im Content Gedanken machen, aber ich glaube, ohne Content wird es in Zukunft nicht mehr gehen. Absolut, vor allen Dingen, wo die Frage auch so ein bisschen hingezielt hat, ist, dass die Entscheider, also das Verhalten der Entscheider hat sich einfach verändert, Entscheider wollen sich vorher informieren, informieren sich echt, es gibt ja sogar Analysen, dass teilweise TikTok als Google-Ersatz genutzt wird, gut, da sind wir natürlich jetzt noch nicht bei den Entscheidern direkt, aber auch diese Generation wird irgendwann, wahrscheinlich in Entscheiderpositionen sitzen und heute schon teilweise jüngere Generationen, die Entscheidungen treffen, die sind auf Instagram, die sind auf YouTube, die sind Podcast-Hörer und die sind auch teilweise auf TikTok und wenn du da präsent bist und die Leute dort abholst und da geht es nicht um Content, der direkt verkauft oder das Produkt pitchen, sondern einfach als Unternehmen, Marke, Mehrwerte lieferst, dann hast du schon einen wesentlichen Vorteil gegenüber vielen anderen Unternehmen. Das vielleicht nochmal dazu gesagt, Fabian, jetzt haben wir natürlich viel über das Thema Podcast, warum, wie, ich glaube schon viel Input auch, wie man als Unternehmen Podcast, mit welchen Inhalten man ihn, ich sag mal, spicken kann, beziehungsweise wofür ich ihn benutzen kann, jetzt stellt sich mit Sicherheit noch der ein oder andere die Frage, wie bekomme ich denn eine erste vernünftige Base an Hörerschaft und wie baue ich die denn eventuell auch nochmal aus? Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Antworten. Der erste Layer ist, anfangs haben wir schon gesagt, werden es gar nicht so viele Leute hören und das ist auch in Ordnung, darauf musst du dich einfach einstellen, außer du hast vielleicht einen Newsletter mit 100.000 aktiven Lesern, dann Glückwunsch, dann hast du auf jeden Fall eine bessere Herangehensweise oder Ausgangslage als andere. Das trifft aber auf die meisten nicht zu und auch davon werden weniger konvertieren, als du dir vorstellst, dementsprechend Glückwunsch, aber es wird trotzdem nochmal ein hartes Erwachen. Das heißt, du musst dir einmal Gedanken machen, wen lädst du ein? Also, es ist immer natürlich spannend, wenn der Gast dann das teilt, weil, wenn andere Menschen dabei sind und die wollen ja dann wieder was, also wenn die das teilen, wollen deren, will deren Umfeld und deren Bekannte wollen dann auch hören, was diese Person so zu erzählen hat und natürlich, je bekannter die Person, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann irgendwie ein paar mehr Leute sind, kann aber auch sehr nischig positioniert sein und trotzdem sehr gut helfen. Du brauchst ja am Ende, wenn du irgendwie regelmäßig was produzierst, da kommen immer eine Handvoll Leute zusammen, dann hast du trotzdem recht schnell irgendwie eine gewisse Hörerschaft. Das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, je nachdem, wie nischig du positioniert bist, wenn da ein paar hundert Leute deinen Podcast hören und sich jeweils eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen, dann ist das ja brutal viel. Das sind mehr Leute, als bei den meisten, wahrscheinlich ins Büro passen aktuell und davon, die hören sich dann eine Stunde an, was du zu erzählen hast mit der anderen Person. Das ist ja fantastisch. Deswegen finde ich so diese Geduld, gleichzeitig überlegen, wen lade ich als Gast ein, die Gäste dazu animieren, darüber auch zu posten und was ich da mache, ist, ich schicke denen Bilder mit und potenziell auch irgendwie alle Videos, die ich als kleinteilige Videos daraus schneide und vorbereiten lasse, schicke ich denen mit. Dann können die Leute selbst überlegen, was sie davon posten wollen. Also ich zwinge sie nicht, aber ich bin natürlich schon sehr druckvoll und sage, hey, es würde sehr helfen, wenn ihr das, auch nochmal teilen könntet. Das ist halt einfach der Wachstumskanal. Man muss auch einfach sagen, über die Jahre werden die Leute den Podcast wahrnehmen. Also ich habe sehr viele Freunde, wo ich weiß, die würden inhaltlich vom Podcast profitieren, aber die haben seit drei Jahren keine Episode gehört, weil sie glauben, sie wissen, worum es geht, aber sie wissen es gar nicht, weil natürlich, die reden zwar viel mit mir, aber ich kann ihnen ja jetzt nicht alles erzählen, was im Podcast passiert. Das heißt, man muss sich auch damit anfreunden, man muss sich auch damit anfreunden, dass viele der Leute, die man kennt, irgendwie vielleicht nie reinhören werden, aber es wahrnehmen werden. Das heißt, die Leute werden den Podcast ein bisschen größer wahrnehmen, als er ist. Das ist immer ein ganz guter, guter Pluspunktverein, wenn man einfach präsent ist immer wieder und dann kann man sich immer überlegen, was macht man daraus? Wir haben es schon angesprochen, Videoausschnitte aus dem Podcast können funktionieren. Je nischiger das Thema, desto weniger werden die viral gehen, aber du kannst sie überlegen, postest du die auf YouTube, postest du die auf deiner Website, postest du die auf LinkedIn, postest du die auf TikTok, auf Instagram Reels, da gibt es ja ganz viele verschiedene Optionen und alle können in ihrer Form relevant sein, je nachdem, wo du deine Zielgruppe auch findest. Du kannst einen Blogartikel daraus schreiben, du kannst einen Newsletter daraus schreiben, du kannst einen Guide aus jeder Episode schreiben, wenn du das möchtest. Also ich meine, gerade aus der Episode her könnte man ja wirklich dann zwei Seiten PDF machen, wie starte ich einen Podcast und warum als B2B-Firma. Das sind ja alles so Sachen, dafür bietet der Podcast Potenzial, wenn du das Format auch dementsprechend bespielst, also wenn du ein ähnliches Format nutzt, wie wir jetzt gerade, dann kannst du einen Guide zum Beispiel daraus machen, du kannst Bilder daraus posten und deine Learnings daraus teilen. Da gibt es ganz viele Optionen, aber du musst selber, und das ist, glaube ich, so das Härteste, was ich gelernt habe, du musst dich hardcore um die Promotion kümmern, weil der wird sich nicht von alleine auf einmal vermarkten. Die Leute müssen davon immer wieder hören, bis sie sagen, okay, jetzt höre ich da auch rein, weil es ist halt nun mal eine Stunde Zeitcommitment, sage ich jetzt mal einfach durchschnittlich, es ist wahrscheinlich bei vielen ein bisschen weniger, aber trotzdem ist es ein recht langes Zeitcommitment, was Leute eingehen und dafür müssen sie einfach das Gefühl haben, okay, ist das Beste, was ich jetzt gerade machen kann und das braucht Zeit. Nur weil du jetzt, also bei den wenigsten Leuten wird es so sein, dass alle darauf gewartet haben, dass sie endlich einen Podcast machen. Die Leute wird es geben, aber die meisten müssen sich diese Zeit auch einfach hart erkämpfen, die die Leute damit verbringen und deswegen ist deine Aufgabe, ob als Firma oder als Privatperson, so hart wie möglich shameless Self-Promotion zu betreiben und alle dazu zu animieren, das zu promoten und je besser du darin wirst, desto schneller kriegst du irgendwie auch Zahlen zusammen und das alles unter der Voraussetzung, dass der Content gut ist für das, was du machst und ein letzter Punkt, den ich da ergänzen will, weil der, glaube ich, sehr entscheidend ist, je klarer du sagen kannst, für wen du den Podcast produzierst, also wer die Kernzielgruppe ist, desto eher kannst du das ganze Messaging und alles darauf abstimmen und desto eher verbreitet es sich auch, weil wenn du dann sagst, ja, der ist für jeden möglichen, der selbstständig ist, dann ist es halt so, ja, aber dann nehme ich halt einen Podcast, wo der genau auf mich zugeschnitten ist, weil ich jetzt Podcaster bin, anstatt irgendwas für Selbstständige zu hören. Das heißt, je klarer und nischiger du dich positionieren kannst, desto eher werden die Leute es auch ihren Freunden empfehlen und kannst so ein bisschen dafür sorgen, dass diese Mund-zu-Mund-Präpaganda früher beginnt. Sehr cool. Bevor wir jetzt die Folge schließen, finde ich nochmal wirklich super Tipps, die du hattest. Ich habe mir die Frage aufgeschrieben, die ich eben nochmal genannt habe. Die Antworten waren wahrscheinlich so zwischen den Zeilen schon immer mal wieder mit dabei. Aber wie schaffe ich es denn in den Top-Charts, also der persönlichen Top-Charts, der Hörer auch stetig zu bleiben. Gerade bei der Flut an Content, die mittlerweile zur Verfügung gestellt wird und echt guter Content teilweise. Also es gibt auch schlechten Content, aber es gibt auch vielen guten Content. Ich glaube, der Kernpunkt ist ja, den ich jetzt als letztes angesprochen habe, sich wirklich Gedanken zu machen, für wen produziere ich diesen Inhalt eigentlich? Weil dann kannst du herausfinden, was sind die Fragen, die Problemstellungen, die diese Person hat? Was begeistert die Person? Wie kriege ich diese Person dazu, den Podcast zu hören? Und wenn sie einmal angefangen hat, immer mit dem Gefühl zu lassen, hey, das ist exakt für mich produziert, wenn du halt sagst, okay, jeder ist meine Zielgruppe, dann wird das einfach immens viel schwieriger. Wir wissen alle, wie stark wir dann abstrahieren müssen und dann wird es immer uninteressanter oder so high level, dass es mehr so berieselnd ist und man sagt, ja, man hört das mal nebenbei, aber davon hört man halt auch nicht viele Formate. Da gibt es dann irgendwie ein, zwei Formate, die sich durchsetzen und der Rest dümpelt vor sich hin. Und deswegen würde ich mir sehr, sehr klar Gedanken machen, für wen produziere ich das eigentlich? Und sich auf diese Persona oder ein, zwei, drei Personas festlegen, für die produzieren und das im Kopf halten. Jedes Mal, wenn ich eine Episode vorbereite, jedes Mal, wenn ich mit jemandem spreche, wirklich auch mir im Kopf zu behalten, hey, für diese Person mache ich das, das sind die Fragen, die ich stellen muss. Natürlich kannst du mal eine Frage rechts und links davon stellen, aber es macht einfach Sinn, das möglichst klar definiert zu haben und dann aber auch im Messaging auf den Social Media Plattformen oder auch wenn du Ausschnitte verwendest, etc., immer auf diese Person zuzuschneiden. Das ist eine gute Grundlage und es wird sich mit der Zeit minimal anpassen, nach rechts und nach links und ein bisschen verändern, aber das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt, weil sonst bist du halt einer von vielen Podcasts, der an alle geht und dann in die Top Charts der Person zu kommen ist, wenn du nicht irgendwie zu den bekanntesten Personen Deutschlands gehörst, heutzutage sehr schwierig. Absolut. Also ist das zum Beispiel, was ich ganz am Anfang oder was ich damals mit Lukas ganz am Anfang mit unserem Podcast hatten, wo wir natürlich am Anfang über Sales gesprochen haben, aber dann den einen oder anderen Gründer auch am Anfang drin hatten, aber wenn man so mal dann von außen drauf geschaut hatte, dann wusste man nicht so genau, wo wollen die Jungs jetzt hin? Wollen sie irgendwie Gründer interviewen? Wollen sie über Sales sprechen? Was wollen sie? Und wir uns dann gesagt haben, okay, wir fokussieren uns wirklich auf das Thema Sales mit den Themen, die dazugehören mittlerweile, weil Marketing, also HR, das gehört ja alles dazu, aber weg von diesem, ich sag mal, sehr globalen, wo, ich sag mal, vielleicht alle Leute was mit anfangen können oder auch nicht, aber du sprichst halt irgendwie keinen direkt an, weil es so irgendwie an einem vorbeifliegt, weil es so oberflächlich ist. Ja, das ist echt spannend. Also, genau das. Natürlich, du kannst auch mit deinen Gästen ausprobieren und dann merkst du selber einfach, was passt dazu und was nicht. Also, du wirst jetzt nie 100% deiner Zeit nur die Gäste einladen, die perfekt passen, sondern du wirst auch immer so ein bisschen ausprobieren müssen. Aber es wird sich, ich habe vor, was war denn das, wir haben ja jetzt Mai 23, vor fünf Jahren habe ich eine Podcast-Beratungsagentur gemacht und habe das schon vielen Leuten gesagt. Und die Leute, die es geschafft haben, sich ganz klar fest vorzunehmen, für wen sie das machen, haben teilweise Podcasts, die heute in den Top 10 deutschlandweiten Charts sind und die Leute, die sich nie wirklich Gedanken gemacht haben, für wen produziere ich das eigentlich, haben auch schnell die Lust wieder verloren und haben es auch sein lassen. Und das merkt man schon auch, dass das einfach auch hilft, für sich selbst so eine Guidance zu haben. Die kann man jedes Jahr auch neu sich angucken und überlegen, was möchte ich jetzt aus dem Podcast eigentlich machen. aber die, die sich wirklich aktiv damit beschäftigen, performen einfach besser, weil sie halt selbst auch mehr Spaß daran haben, weil sie wissen, was sie da eigentlich machen, während die anderen, die dann so meistens so less affair und ja, komm, ich probiere einfach mal, wo ich auch lange eher der Typ war. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das runter genischt habe. Die dann ein bisschen schwieriger haben, auch die Freude und die Disziplin aufrechtzuerhalten, das auch durchzuziehen. Ja, ja, absolut. Das ist halt, ich habe da mit Lukas sehr lange letztendlich drüber gesprochen. Das ist so, du musst dir überlegen, du hast eine, wie du eben gesagt hast, Podcasts gerade im Business-Bereich sind schon sehr, sehr nischig, wenn du jetzt nicht gerade OMR oder Fast & Curious oder sowas bist. Und die Hörer hören dann wirklich auch in der Regel nur rein, wenn sie das Thema interessant finden. So, aber wenn du halt, ich sage mal, eine Hörerschaft hast, der eine ist von Marketing, hört mal nur eine Folge irgendwie im halben Jahr, der andere ist von, ich sage mal, Sales, der hört mal zwei Folgen im halben Jahr. So, da hast du, wenn die es überhaupt machen, weil dein Podcast verschwindet in einer Versenke, wenn die das nur so wenig hören und keiner weiß, so, wo sollen sie dich überhaupt so richtig einordnen. Und das ist halt, das haben wir ganz am Anfang echt auch verkehrt gemacht. Wir haben uns an den Großen orientiert, so wie so ein Westermeyer, was zwar cool ist, aber was auch nicht adaptierbar ist, weil der eine ganz andere Reichweite hat. Und das haben wir halt, ja, was heißt zu spät? Wir haben es halt irgendwann gemerkt und haben es dann, ich sage mal, entsprechend korrigiert. Und auch wir heute, jetzt könnte man fragen, okay, was hat der Fabian mit dem Sales direkt zu tun? Ja, aber wir haben eben über das Thema Podcasting in Verbindung mit Sales gesprochen und ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessanter und auch wichtiger Aspekt, den Unternehmer oder auch Entscheider in Unternehmen heutzutage mit berücksichtigen sollten. Weißt du, und das schließt ja nicht aus, dass man Leute reinholt, die nicht direkt mit dem Thema vielleicht zu tun haben, aber einen interessanten Blickwinkel auf dieses Thema geben, wofür die Hörerschaft da ist. Absolut. Ich glaube, zwei Gedankengänge dazu. Das eine, ich produziere zum Beispiel acht bis zehn Episoden im Monat und ich erwarte überhaupt nicht, dass eine Person alle Episoden pro Monat auch hört. Mein typischer Hörer hört irgendwie ein bis vier meiner Episoden. Dadurch, dass mein typischer Hörer aber Gründer ist und sich aktiv mit einer Firma beschäftigt, muss die Person eigentlich auch ein bisschen mehr arbeiten als Podcast hören. Und ich will gar nicht, dass die Person alles hört. Ich will, dass sie eine Auswahl an Episoden hat und sagen kann, hey, das sind die relevantesten Episoden für mich und nicht, dass die Person sagt, ach komm, ich höre die jetzt einfach nur, weil sonst kommt da ja eh nichts Neues. Und das ist so mein Ansatz, dass ich genug Inhalte schaffe, dass ich mehreren Menschen das geben kann, was sie brauchen, ohne, dass ich aber zu weit vom Thema wegkomme. Nur, dass halt mal verschiedene Personen gerade verschiedene Probleme haben, wenn sie eine Firma gründen. Und deswegen sind zum Beispiel die Follower, die ich irgendwie auf Spotify, Apple und so weiter irgendwie gesammelt habe, davon hören nie alle eine Episode. Das geht gar nicht. Da hören halt immer irgendwie 20 Prozent davon oder so eine Episode und die anderen und das fluktuiert dann, wer dann was hört. Das ist immer ganz spannend, wenn ich da mit Hörern auch drüber spreche. Und der andere Punkt ist, den du gerade angesprochen hast, warum zum Beispiel unser beides auch irgendwie Sinn machen kann als Episode. Es macht ja auch, es ist immer wichtig, sich auch Gedanken zu machen, okay, wo sind eigentlich gerade die Grenzen im Vertrieb und wo verwischen die gerade und wo muss man sich Gedanken drüber machen, um in diesem Bereich dabei zu bleiben. Das ist ja genau das, was du als Podcast einfach sehr gut machen kannst, da auch über deine Grenzen hinaus zu gucken und nicht nur das, was du jetzt im Alltag vielleicht irgendwie immer machst, zu nehmen und zu sagen, das ist alles, was für mich Vertrieb ist, sondern auch einfach in Frage zu stellen, was ist noch Vertrieb, was nicht mehr, wie wird Vertrieb sich verändern und das ist ja das, warum auch viele Leute wahrscheinlich dir zuhören, weil sie es merken, okay, cool, habe ich nie drüber nachgedacht, aber eigentlich echt ein spannender Punkt, eine spannende These, die aus den ganzen Gesprächen bei dir hervorgeht und das ist ja das, warum Leute dann auch sagen, okay, in den Podcast höre ich immer wieder rein. Absolut. Gutes Schlusswort. Fabian, wir haben die 30 gerissen, nicht so schlimm, ich fand es wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, es sind sehr viele Tipps und Inhalte dabei, gerade für Leute, die vielleicht jetzt überlegt haben, einen Podcast zu starten oder das Medium auch grundsätzlich erstmal vielleicht etwas fremder für sie war und damit noch nicht so viel anfangen konnten, wobei ich das ehrlich gesagt nicht glaube. Vielen Dank, dass du heute da warst und deine Insights, deine Tipps mit mir, aber auch mit den Hörern und Hörerinnen geteilt hast und die Tradition gebührt, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Deswegen übergebe ich noch einmal an dich und ich verabschiede mich schon mal. Danke dir, Robin. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wer überlegt, einen Podcast zu schreiben, zu schreiben, zu starten, schreibt mir einfach auf LinkedIn. Vielleicht habe ich da noch irgendwie so ein, zwei Sachen mal geschrieben, die ich euch zuschicken kann. Das hilft bestimmt. Und für mich persönlich war es so mit die beste Entscheidung. Ist jetzt so sechseinhalb Jahre später leicht zu sagen, war aber auch viel Up and Down, hilft aber einfach immer wieder von spannenden Leuten zu lernen, viele Möglichkeiten geschaffen, an die ich nie gedacht habe und ich habe definitiv nicht darüber nachgedacht, wo der Podcast hinkommen kann innerhalb von sechseinhalb Jahren. Hätte man mir das damals irgendwie gesagt, hätte ich es mit Kusshand genommen und deswegen, ich muss sagen, auch wenn es ganz anders ist als das, was ich anfangs geplant habe, hat sich sehr gelohnt. Kann ich jedem nur ans Herz legen, der es ausprobieren möchte und wenn ihr euch nach drei, vier, fünf oder zehn Folgen dafür entscheidet, es nicht zu machen, dann ist das auch fein. Aber probiert es aus. Das war unsere aktuelle Folge. Wenn dir die gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und folge uns auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt und vergiss nicht, bei Spotify die Glocke zu aktivieren und falls du Bock hast, uns auf weiteren Social Media Kanälen zu folgen, dann schau doch mal in die Shownotes, da wirst du fündig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.